ein tourmalin okay dann teile ich mal auf jub du kommst hier rüber und was haben wir hier noch du bist total uninteressant du kommst jetzt meine chili schurte hier rein damit ich den auf level 10 bekomme ich hoffe es wenn ich komme ich schon ziemlich nah ran fisch das müsste ich eigentlich wissen es müsste obst sein genau das mit jetzt mit die chili schule kommen oder auch nicht hier aufteilen sollten alles in ordnung ja molly kriegt man fertig heute ich glaube ich mache wolle jetzt fertig irgendwas ist mit meiner nase ich wollte dafür unterwegs ich merke ich habe nicht schmutz in der nase so super und jetzt noch das andere perfekt also wir sind schon ziemlich nah angekommen wir kriegen das auch noch voll wir kriegen den fertig also ich mache die jetzt ja fertig ich mache den k.o. ich mache den ja knüller so noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen kann kann hat sie auch ein millimeter bewegt aber auch ein millimeter als millimeter millimeter mehr zum glück genau sagt sich manche frau auch glücklicherweise bin ich keine frau ich merke dieses glück nicht habe keine ahnung was es ist außer ich werde wieder geboren in einem weiblichen körper ich weiß nicht weil wie ich als frau wäre mit dem männlichen testosteron in einem weiblichen körper das kann ja nur schief gehen oder ich habe nur irgendwann mal schon mit 30 zehn kinder gut dann bräuchte ich auch nicht mehr arbeiten gehen das spare ich mir das dann lebe ich eigentlich nur vom kinder geld arbeiten kann ich dann sowieso nicht mehr kommt die 10 schaffen wir noch die 10 schaffen noch hier schwitze habe heute viel gearbeitet level 10 hammer hier danke dir ist es so toll warst ok das dorf haben wir schon ordentlich aufgeführt muss ich zugeben stopp du bist level 8 was willst du eine sonnenblumen kann ich nicht mit ihnen aber wir können jetzt mal hier zum blümchen sammeln eventuell da unten da gibt es auch andere blumen sonnenblumen am strand warum nicht wenn immer die blumen mit dort man hat hat man hahaha das nämlich aber auch mit dann leuchtet mir was entgegen das war ein aquamarine einer von der marine war das gewesen ok krass das sammelt sich aber hier das sammelt sich so viel zeug die kriege ich noch nicht klein aber die anderen ok hier und da und dann haben wir auch das schon wieder inventar ist bestimmt wieder voll aber ich kann ja mal gucken wer noch beschenkt werden möchte da ist auch noch etwas alles was so glitzert das nämlich gleich veratmet das ist ganz ganz wichtig damit ich auch die rohstoffe hier habe aber jetzt bin ich voll genau ich würde sowieso vorschlagen ja keine ahnung da ist medusa die passt perfekt zu ursula die glitzert auch so komisch ich habe was für dich aber nicht das was du willst aber ich schenke mir trotzdem ein bisschen was weil du so hässlich bist weil du so hässlich bist aber ich möchte die ganzen rohstoffherzio nicht liegen lassen ich und ehrlich gesagt die glitzer steinchen sind jetzt alle hier drin das ist quest relevant noch irgendwas quest relevantes nee nicht was irgendwie aufleuchtet also kann das jetzt mal hier rein du kommst hier rüber weil ich brauche ich als nahrungsergänzungsmittel und dann ja wir können ja nochmal ein paar blümchen sammeln aber wir können aber auch mal nach der palme gucken nach der kunde nach hier den dicken zenden nüsse und mal gucken was da am strand abgeht am schillernden strand langsam ziemlich groß wird das war alles die eine blume die die haben wollte genau dann haben wir die hier noch die kann ich die kann ich jetzt schon weg machen sand ist immer gut davon sind nur noch zwei nehme ich gleich mit weg ich weiß nicht wofür man es dann braucht aber wenn sie auftaucht wird schon relevant sein dankeschön ach ja gerne mission bringe maui die kokosnuss wo ist denn alle da unten dann macht es gerade mit ariel ist auf jeden fall besser als der prinz der kleine schmal spur rambo ok ja ich habe heute irgendwie was gefressen so ariel ich komme oder ich erscheine sie waren doch hier drin laut karte was sind jetzt bei ihnen drin in sein haus da ist er ja kommt mach mal bitte hat es schön für dich war so ne 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 ich will ich will jetzt nicht mit dir reden haben wir das auch geschafft wir müssen doch blumen haben rote promille kommt was haben jetzt blumen wir sagen jetzt blumen vielleicht kriegt man den jahr noch eine kokosnuss ist auch noch etwas die steine immer mal mit manchmal sind ja auch schöne glitzer steine mit enthalten und die steine die sowieso im wege stehen immer auch mit so ich komme über die kokosnusspalmen irgendwie hervor wenn du da schon gesehen habt die vorher gar nicht da waren ich bin dein vater